Hallo, ich bin Elie Nix und das ist der zweite Part meines 100 Baby Challenge Speedruns. Viel Spaß! Und heute geht es wieder mit unserem Speedrun weiter. Der erste Part war ja tatsächlich nicht so erfolgreich. Also gerade mal drei Kinder konnten wir auf die Welt bringen. Wenn ich ganz ehrlich bin, ich dachte zu dem Zeitpunkt haben wir sicher schon 20 Kinder oder so, aber das Spiel wollte einfach nicht. Und in diesem Part geht es leider ähnlich schleppernd weiter. Aber schau dir das am besten selbst an. Wir starten jetzt in den Part hinein. Wir gehen jetzt mit irgendjemandem Techtelmechteln. Also mit Kado haben wir schon ein Kind, dann möchte ich jetzt mit dir ein Kind. Hallo Boy, schön, dass du da bist. Ach, wer bist denn du? Das ist ein neuer Mann. Ihr Roshi. Bei dem stellst du dich mal vor, Clemens, und dann Techtelmechteln wir mit dem anderen. Okay? Gut. Das ist ein schöner Plan. Oh mein Gott, ist das Caleb. Wir müssen uns schnell bei Caleb vorstellen. Ich möchte ein Baby mit Caleb. Ja, ich will eh mit allen möglichen Babys bekommen. Bis jetzt waren halt auch alle dunkelhaarig. Und der einzige blonde Mann, den wir kennengelernt haben, der will nichts von uns. Ja, schön. Der möchte wieder, dass wir uns mehr mit ihm auseinandersetzen, bevor wir Techtelmechteln. Na toll. Der will uns auch noch kennenlernen. Jetzt gleich mal Baby machen. Sehr inkognito. Jeder nimmt einen anderen Eingang. Anscheinend ist es ihm unangenehm, dass er mit dem Weihnachtsmann jetzt Techtelmechteln geht. Sie gehen sehr getrennt die Wege. Yay! Techtelmechteln. Und dann macht er gleich wieder einen Schwangerschaftstest. Und ich hoffe, er ist schwanger. Aber sonst ist ja der Tsutomu eh noch da für den nächsten Versuch. Ja, schwanger. Sehr, sehr gut. Gut. Clemens, dann kannst du hier mal schlafen. Oh, da wäre mal... Uh, 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 uh. Ein rothaariger Mann. Kenichi, wir stellen uns bei dir mal lustig vor. Clemens ist schwanger. Das heißt, ohne dass ihr seht, werde ich jetzt die Schwangerschaft wieder... Ich schaue extra nicht hin. Schwangerschaftsstadium auf drittes Trimester stellen. Oh. Damit wir so schnell wie möglich die Babys bekommen. Also, drei Babys haben wir schon. Und er wird jetzt mit denen einfach da... Weiß ich nicht. ...schmutzige Witze erzählen und sich denen einfach annähern. Ach, den kennen wir noch gar nicht. Dann lernen wir den mal kennen. Wir können dann ja auch in andere Welten reisen. Und da auch noch andere Menschen kennenlernen. Warum hat denn Clemens eigentlich nichts an? Naja, der hatte gerade einen Techtelmechtel. Und ich glaube, er hat sich gedacht, da kann er in seiner süßen Unterhose herumlaufen. Er möchte einfach zeigen, was er hat. Kann man das ihm verübeln? Nein. Er ist jetzt im dritten Trimester. Morgen Übelkeit wegen Schwangerschaft. Oh nein. Aha. Clemens hat jetzt was über Barsche gelernt. Die an einigen Angelplätzen von Hiroshi Mori entdeckt wurden. Ja, schön. Unsere Katze geht es irgendwie sehr schlecht. Clemens muss dringend auf die Toilette und hätte gern was zu essen. Ja. Oh Gott. Den Babys geht es ja allen voll schlecht. Ähm. Gut. Ich glaube, wir gehen jetzt mal nach Hause und kümmern uns um unsere Kinder. Denn anscheinend kann die Butlerin das nicht. Er hat sich was zu trinken geholt. Ja, okay. Das darf er doch. Deswegen muss er wahrscheinlich auch so dringend auf die Toilette. Verstehe ich. Ist hier gerade eine Versammlung? Boah, unserem Haus ist eine Versammlung. Wieso geht es euch denn so schlecht? Sie haben alle Hunger. Ja, gut, dass wir vorgekocht haben. Ich werde jetzt nämlich einfach hier den Kühlschrank öffnen und stelle euch da Fertig-Brownies auf den Boden. Clemens ist der Vater des Jahres. Ich sag's euch. Dann haben die jetzt alle was zu essen. Und Clemens... Wieso denkst du denn an die Toilette, wenn du Hunger hast? Versteht einer dieses Sims... Genau, die Babys sollten schon bald kommen. Jetzt habe ich schon wieder nicht darauf geachtet, wann wir Babys gemacht haben. Aber ich glaube eben am Donnerstag in der Früh, kurz bevor wir einen Geburtstag mit den anderen feiern. Ja, und dann könnte Clemens sich doch mal kurz um seine Kinder kümmern, oder? Also die haben morgen zwar schon Geburtstag, aber man kann ja trotzdem mal... Das ist unsere Misty. Verschöne ihr mal den Tag. Herzlichen Glückwunsch zum neuen Familienmitglied. Dankeschön. Ich möchte jetzt Misty beim Tanzen zusehen. Sie ist so süß. Die Kinder können machen, was sie wollen. Die sind auf sich allein gestellt. Die kommen schon klar. Caleb, hey, ich habe gehört, dass du dich mit Tsunami... Tsunami, genau. Wow. Zu Tomu Aoki angefreundet hast. Er ist ziemlich cool. Ich kann lesen, wirklich. Warum geht's dir denn jetzt schlecht? Oh, ist noch mal ein Brownie. Bärbelduss. Achso, das ist Laurent. Ach, ich bin verwirrt. Und dann geh vielleicht einfach mal schlafen. Wieso geht ihr denn nicht schlafen, Kinder? Natürlich geht's euch schlecht, wenn ihr nicht schlaft. Was ist mit euch? Was ist denn mit euch los? Könnt ihr bitte wieder ins Bett gehen einfach und leise sein und brav sein? Die Katze hat euch geweckt, stimmt's? Hä? Jetzt sind alle wach. Och, und der pieselt sich jetzt ein. Nein, oder? Die überfordern mich alle. Ach, das stinkt ja was. Ja, dann putzen wir das mal. Und dann kann die Butlerin eigentlich mal Essen machen. Wo haben wir die denn? Die versteckt sich vor uns. Aufgaben erteilen. Party, Essen, Kochen. Wir haben morgen ja eine Party sogar. Wir feiern da Geburtstag. Wieso schlaft ihr nicht? Okay. Die Kinder stressen mich jetzt schon. Okay, ich stelle denen da wieder Essen hin. Ihr bekommt jetzt da ein Brot. Die Kinder essen Brot. Gut. Laurent, du isst jetzt ein Stück Brot. Dann schicke ich dich ins Bett. Misty, du gehst einfach ins Bett. Wieso hat sich denn Angst? Na gut, dann mach Nickerchen. Und dann haben wir noch den Bärbelduss. Der isst auch ein Stück Brot. Und dann geht er auch wieder schlafen. Clemens? Ich weiß nicht, was du machst. Nein, 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 nein. Du kümmerst dich nicht um die Kinder. Du bringst alles durcheinander von meinem Plan. Du gehst Schach spielen mit dir selbst. Das ist doch eine gute Idee. Okay, sehr gut. Alle haben den Plan. Ach, Laurent ist ein hilfloses Kleinkind. Ja, iss halt und dann geh schlafen. Alles wird gut. Oh Gott, kleiner Mann. Nein, 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 nein. Ich glaube, ich möchte nicht mehr, dass die Katze hier rein kann. Gib ihr mal ein Leckerchen. Und dann sperre ich, glaube ich, die Tür ab. Weil dann kann sie nicht immer die Kinder aufwecken. Ich glaube, das ist eine gute Idee. Tür geht zu. Und dann abschließen für alle Katzen. Du kannst auch schlafen gehen. Oder geh aufs Töpfchen, weil du bist unabhängig. Das ist ja schön. Und dann, ja, kannst du ein bisschen mit dem Teddy spielen. Und dann gehst auch du schlafen. Bärbelduss, wie geht's dir? Ja, bist du noch immer am Töpfchen? Wie lange brauchst du? Das dauert sehr lang. Einiges länger als gedacht. Laurent. Ach, das ist Bärbelduss. Ich verwechsel jetzt schon die Kinder. Wir haben erst zwei und ich verwechsel die jetzt schon. Äh, drei. Ich kann nicht mal mehr zählen. Ja, ähm, ich glaube, wir stellen noch einen Babysitter ein. Das war eine sehr gute Idee. Weil mir reicht's. Haushalt. Service engagieren. Gibt er dann eigentlich bei uns? Nein, oder? Der geht doch dann immer wieder nach Hause. Möchtest du, der am besten bei uns lebt? Der Laurent möchte jetzt auch dringend ins Bett. Bring mal den Laurent ins Bett. Ähm. Ja, okay. Der möchte nicht schlafen. Was ist das eigentlich für ein Kind? Geh schlafen. Hab ein gutes Gefühl bei dem Babysitter. Ja, bis jetzt macht er noch nicht so viel. Wo ist er denn? Ja, vielleicht solltest du nicht mit dem plaudern. Ach so. Er will das Kind füttern. Ja gut. Clemens, was machst du in der Zwischenzeit? Du könntest hier ein bisschen trainieren. Also die nächsten Babys kommen und mindestens, also, ich weiß nicht, wie viele wir bekommen, aber die nächsten zwei Kinder müssen Bärbeldus heißen. Schön. Clemens, du musst Babys bekommen. Es ist ein Junge. Bärbeldus 2. Schön. Können wir noch ein Baby bekommen? Oh, es ist noch ein Junge. Oh Gott. Bärbeldus 3. Wow. Haben wir noch ein Kind? Nein. Zwillinge. Perfekt. Das passt doch gut. Zwillinge. Und Clemens darf jetzt schnell auf die Toilette gehen. Und dann werden die gleich mal... Also die letzten zwei sind gerade auf die Welt gekommen. Bärbeldus 2 und Bärbeldus 3. Bärbeldus 2 ist älter geworden. Und es ist ein neugieriges Kind. Und ein blondes Kind. Süß. Und das nächste. Bärbeldus 3 hat großen Hunger. Ja, schön. Es wird eh gleich älter. Nein, jetzt... Lass das Kind in Ruhe. Gut. Nein, jetzt nervt... Och. Jetzt füttert der Butler das Kind, das Geburtstag hat. Bärbeldus 3 ist älter geworden. Es ist ein albernes Kind. Auch blond. Okay. Okay, okay, okay. Gut. Erstmal den Babycounter auf 5 stellen. Dann speichern. Und dann muss ich noch ein paar Kleinkinderbetten platzieren. Ja. Und dann muss Clemens eigentlich schon wieder... Ja, schwanger werden. Das geht echt schnell hier. Wir haben 5 Kinder, 4 Jungs und ein Mädchen. Wir haben den Laurent, die Misty, Bärbeldus, Bärbeldus 2 und Bärbeldus 3. Ähm, und in 2 Tagen sollten die dann auch wieder Geburtstag haben, Bärbeldus. Nein, der Bärbeldus hat morgen Geburtstag. Und am Samstag, in 2 Tagen, haben dann unsere anderen Geburtstag. Ereignis hinzufügen. Geburtstagsparty. Geburtstagssims Bärbeldus 2 und 3. Das ist irritierend. Wer war da nochmal der Vater? Ach, der Tsutomu Aoki. Das findet natürlich wieder hier statt. In der Clemens Frost Residenz. Und wieder um 12. Ich glaube, das ist eine gute Zeit. Clemens, du hast dich genug mit deinen Kindern auseinandergesetzt. Iss mal ein Stück Brot. Und dann hören wir ab. Ich glaube, ich kaufe tatsächlich keine neuen Betten. Weil um 12 haben schon die kleinen Geburtstag. Also eigentlich die großen. Und da will ich, dass Clemens schon wieder schwanger ist. Lulu ist weggelaufen. Oh ja, wir hatten ja eine Katze. Und das ist belastend. Wo kann ich das denn? Ähm. Wie finde ich die denn schnell wieder? Wie finde ich meine Katze wieder? Auf dem Handy. Ah. Ich glaube, ihr Napf war leer. Ja, aber ich habe da doch eingegeben, dass sich das alle Stunden wieder auffüllt von selbst. Ähm. Ich finde es gar nicht. Ich habe auch gedacht, es geht über den PC. Probieren wir es einfach nochmal, wenn wir wieder da sind. Ich muss jetzt schnell, also wir müssen jetzt schnell mit Clemens oder Caleb Techtel mächteln. Äh, mit Clemens. Auf jeden Fall. Aber ich weiß noch nicht, wer dabei ist. Ähm. Ja, gut. Caleb, komm du einfach mal mit. Der Vampir-Boy. Wir haben ja am 12. Die Geburtstagsfeier. Das heißt, wir müssen jetzt ganz schnell Techtel mächteln. Und dann haben wir die Geburtstagsfeier. Das muss jetzt ganz schnell gehen. Wir werden Caleb einmal betören. Seinen Tag verschönern. Werden ihn einmal verrückt anfunkeln. Eine tiefgründige Unterhaltung. Und dann macht er einen koketten Witz. Und dann... Flirten. Ja, ich hoffe, es wird ein Vampir-Baby. Aber ich bin mir nicht sicher. Das weiß man nie so genau. Es kommen nicht immer Vampir-Babys raus, muss man sagen. Dann werden wir mal Süßholz raspeln. Da stand doch schon. Baby machen. Perfekt. In einer halben Stunde startet nämlich die Geburtstagsfeier für die Kinder. Und da sollten wir wieder zu Hause sein. Ach. Dammit. Ja gut, dann müssen wir jetzt wieder nach Hause. Dann muss Caleb mitkommen. Das ist der Vater von den Kindern. Den schicken wir einmal wieder nach Hause. Geh bitte wieder weg. Kannst du gehen? Aber eigentlich ist es egal. Caleb, komm du mal hier. Ja? Dann können wir mit dir, Techtel, mächteln. Und dann müssen wir noch schnell eine Torte backen. Kann die... Kannst du für uns eine Torte backen? Frau Butlerin? Könntest du eine Torte backen? Aufgaben erteilen? Nein. Okay. Das finde ich ein bisschen dumm. Warum kann die gerne eine Torte machen? Ach, Caleb ist da. Perfekt. Gut, dann geht ihr jetzt mal Baby machen. Baby machen in der Dusche. Ja, ist in Ordnung. Ist mir eigentlich egal wo. Und dann backen wir schnell einen Kuchen für die Kids. Und dann können die nämlich Geburtstag haben. Ja, aber Caleb, du musst schon stehen bleiben. Sonst finden wir dich nicht und können keinen Töchtel-Mächtel mit dir haben. Ach so, da sind sie. Dann gehen die jetzt ganz schnell ein Baby machen und dann müssen... Dann... Ja, da unten? Das ist doch das Bett der Butlerin! Jetzt die Christmas-Spirit. Ja, ich glaube auch. Einfach ins Bett der Butlerin gehen. Das habe ich nicht angeklickt. Ich habe sie nach oben geschickt. Ja, gut. Sensor, du kannst jetzt aber leider nicht schlafen. Du musst jetzt einen Kuchen backen, Mr. Clemens. Das tut mir sehr leid. Wobei, zuerst sollten wir eigentlich wissen, ob wir schwanger sind, oder? Weil wenn er nicht schwanger ist, dann muss er ja nochmal... Ja, wieder schwanger! Jetzt ist die Zeit für eine nächste Prediction. Unser Clemens ist wieder schwanger. Das ist doch schön. Dann werden wir jetzt schnell einen Kuchen backen. Schnell, schnell, schnell! Schokotorte. Gut. Wie viele Babys werden das? Ja, ich bin auch schon sehr gespannt. Oh. Ich habe vergessen, dass wir Hühner haben. Ähm, belastend. Also deine Hauptsim sollte nicht sterben. Ja, irgendwie tut er aber nichts, was ich sage. Und alle Babys schreien. Und die Party ist gleich aus und ich habe noch nicht mal den Kuchen gebacken. Das ist die schlechteste Geburtstagsfeier, die ich jemals in Sims veranstaltet habe. Aber ich sage es, wie es ist. Geburtstagsparty nicht erfolgreich. Wir haben einfach nichts geschafft. Und unsere Hühner hauen jetzt auch noch ab. Was ist das? Die Schokotorte ist fertig. Sehr gut. Also. Heute haben Geburtstag. Bärbeldus 1. Oh wow, geht es dem schlecht. Ähm, gut. Bärbeldus, du bittest die Butlerin mal um Hilfe. Clemens, du kannst jetzt mal was essen und dann gehst du schlafen. Weil wenn die Kinder sind, ist das Leben schon einfacher. Und dann gehst du schlafen. Bärbeldus, wie geht es dir? Bärbeldus, wieso hast du denn nicht Geburtstag? Es funktioniert einfach nicht. Ich verstehe es nicht. Bitte habt doch Geburtstag. Okay, ich glaube jetzt funktioniert es. Es sieht gut aus. Es sieht gut aus. Wir haben es geschafft. Bärbeldus hat Geburtstag. Unser erstes Kind wird zum Kind. Ähm. Was? Du sollst doch älter werden. Irgendwie funktioniert das alles gar nicht so, wie ich es gern hätte. Clemens, komm da runter. Du musstest leider alles erledigen. Das ist schon stressiger als gedacht. Jetzt hat er sich auch noch eingepinkelt. Ist das schön. Helfen, Kerzen auszublasen? Bärbeldus. Das schaffst du jetzt aber, oder? Endlich. Und jetzt war es wirklich Geburtstag. Dann fügen wir gleich wieder Geburtstagskerzen hinzu. Die anderen müssen ja auch älter werden. Bärbeldus ist älter geworden. Er liebt die Natur und war unabhängig. Ich hätte gesagt, wir geben ihm einfach Motorik. Dann spielt er gern und das ist doch schön. Gut. Nächstes Kind. Und zweitältester war... Loron. Dann hat Loron jetzt Geburtstag. Bärbeldus, du kümmerst dich mal ein bisschen um deine Bedürfnisse, bitte. Bevor du da jetzt stirbst. Du bekommst dieses Bett. Bett zuweisen. Bärbeldus. Und dann gehst du schlafen. Können wir jetzt bitte Geburtstag feiern von ihm? Gut. Er ist böse. Spannend. Böse. Ja, egal. Dem geben wir mental. Der wird ein böses Genie. Ich sehe es schon kommen. Und dann noch die Misty. Sehr gut. Wie geht es dir eigentlich? Ach so. Bärbeldus geht schlafen. Loron verhungert gleich schön. Isst einfach mal ein Sandwich. Und dann kannst auch du schlafen gehen. Du schlafst einfach hier oben. Bett zuweisen. Loron. Und dann schläfst du hier. Und jetzt hat auch noch unsere Misty Geburtstag. Also, Misty ist auch böse. Okay. Möchte ich nicht... Wie heißt das? Ich habe vergessen, was ich sagen wollte. Aber cool, sie ist auch ein böser Sim. Und ich glaube, ihr geben wir auch das mental Bestreben. Dann werden die zwei so die bösen Genies, die die Welt beherrschen werden. So wird es sein. Oh. Voll süß. Wenn du gerne mal live bei diesem Speedrun dabei wärst, dann vergiss mir nicht auf Twitch zu folgen. Wir sind nämlich, um ehrlich zu sein, noch lange nicht fertig. Und natürlich freue ich mich aber auch hier auf YouTube über jedes Like, jedes Abo und jeden Kommentar. Und ich hoffe, wir sehen uns in meinem nächsten Video wieder. Bis bald. Bis bald. Bis bald. Bis bald. Bis bald.